Stell dir vor, du suchst Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für dein Unternehmen und du machst eine einzige Anzeige, eine Annonce und du hast über 80 Bewerbungen und 12 Mitarbeiter, die sind so gut, die kannst du sofort einstellen. Genau so ging es einem Unternehmer. Er hatte einfach die Schnauze voll. Er hat keine Lust mehr gehabt. Er hat gesagt, ich mag nicht mehr. Ich habe alles versucht. Hat es funktioniert? Nein. Und eines Tages ist er von der Baustelle in sein Büro gefahren. Er hat gesagt, so jetzt bin ich an einem Punkt. Ich weiß nicht, wo kriege ich Mitarbeiter her? Weißt du was? Ich pfeife drauf. Und dann hat er einfach einen Text zusammengeschrieben, inspiriert von einer Firma, die sehr originelle Kommunikation hat. Hat dann einen Text zusammengeschrieben. Du siehst einfach nur eine Wurst von oben nach unten. Überhaupt nicht grafisch gestaltet. Er hat auf diese Anzeige über 80 Bewerbungen bekommen. Und zwölf Leute hat er sofort eingestellt. Und er hat immer noch mehr Bewerbungen bekommen. Denn diese Anzeige ist viral gegangen. Das heißt, auf Social Media wurde sie überall geteilt, weil eben so originell und so faszinierend. Die Überschrift. Jung, planlos, erfolglos. Und dann beschreibt er einfach, wie er das Arbeiten in seinem Unternehmen sieht. Und das hat eine Lawine ausgelöst. Und was steckt hinter dieser Geschichte? Mach es nicht so, wie es andere machen. Finde dein eigenes System. Ich zeige den Leuten tagtäglich, wie es geht. Ich mache es nicht für sie. Sie machen es selber. Und zwar ganz individuell. Und ganz easy und ganz leicht. Und es funktioniert in jeder Branche. Finde dein eigenes System. Er hat sein System gefunden. Hat einfach einen Text zusammengeschrieben. Der Zeitung gegeben. Das war's. Ist gleichzeitig viral gegangen. Jemand anderer macht ein kurzes Video mit seinen Mitarbeitern. Ein anderer macht wieder ganz was anderes. Und wenn du dann noch die Blockaden lösen kannst, dann bist du garantiert erfolgreich. Das sehe ich tagtäglich. Und wenn du hier Hilfe brauchst, schreib mir. Ich helfe dir. Es ist einfach. Es ist easy. Und es geht. Wie du an diesem Beispiel siehst, eine Anzeige, 80 Bewerbungen und zwölf Leute sofort eingestellt. Herrlich, nicht wahr?